Die Martinsberger Orgel, erbaucht 1811 von Samuel Metz, ist einer der besterhaltenen historischen Instrumente der evangelischen Kirche AB in Rumänien. Darum ist ihre Bewahrung und nicht zuletzt ihr Erklingen speziell wichtig. Hans Laser bewachte das Instrument vor Ort viele Jahre treu und verantwortungsbewusst. Er sorgte dafür, dass sie keine grossen Schaden nahm. Leider ist auch der Zustand des Kirchengebäudes inzwischen nicht mehr ganz sicher. Mehrereinstütze an der Ort zeigen, dass von einer Sekunde auf die andere sich die Situation ändert. Darum entschlossen wir uns gemeinsam, dass das wertvolle Instrument auf Zeit in der Hermannstädter Stadtverkirche gesichert werden soll, ohne dass sich der Besitzstand ändert. 2018 wurde das Innenleben der Orgel, also Pfeifen, Windladen und die Mechanik durch die Firma Kott Honigwerk gesichert. 2021 auch der Balk und ihr Gehäuse. Nach einigen Reparaturen in der Honigberger Werkstatt konnte das Instrument in der Ferola der Stadtverkirche Hermannstadt über dem vorreformatorischen Lettner Altar auf einer eigens für Altar und Orgel über den Turmfuss errichteten Emporekonstruktion wieder aufgestellt werden. Zum Glück konnten dabei die elektrische und die mechanische Hebebühne eingesetzt werden. Der Höheunterschied ist beträchtlich und der Standort der Orgel kann durchaus als luftig bezeichnet werden. Die Oktave 2 war das erste Register, das aus dem Inneren des Gehäuses vielversprechend die lichtdurchflutete Ferola erfüllte. Musik Schon bald stand auch der Pfeifen in der Ferola. Prinzipal 8 in der Fassade der Orgel. Weil im Ersten Weltkrieg die Pfeifen in der Front eingezogen wurden und als Kriegsmaterial verwendet wurden, hat Hermann Binder 1980 diesen neuen Prospekt eingebaut. Die Pfeifen integrieren sich bestens in den Klang des Rests der Orgel, der ausser der Vox Humana original sind. Musik 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 Arpad Maciar und Ferdinand Stämmer intonieren das prächtige Instrument. Intonieren heisst, jeder Pfeife vor Ort den richtigen Klang verleihen, sodass alle Pfeifen natürlich und im Rahmen angepasst erklingen. Musik Für die Martinsberger Orgel und die Hambacher Orgel, die jetzt in der Schwarzen Kirche steht, wurde eigens ein Register von Metz, das nicht mehr existiert, wieder neu geschaffen, anhand von wenigen Anhaltspunkten, die es gab. Das Register heisst Vox Humana, es ist geteilt in Bass und Diskant und unser Orgelbauer Arpad Maciar hat aus diesen Angaben und Vorlagen, die es gab, dieses wunderbare Register kreiert, das jetzt zu hinterst, zu oberst auf der Orgel steht. Musik Die Fimsel Register wurden in knapp zehn Arbeitstagen intoniert und gestimmt. Musik Das leisteste Register dieser Orgel ist die Traversflöte, ebenfalls eine Spezialität von Samuel Metz. Man kann es mit und ohne Trimulant spielen und es imitiert natürlich die Traversflöte. Musik 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 Die Martinsberger Orgel ist eine der grösseren Instrumente von Samuel Metz und hat zwei Manuare. Die meisten anderen haben nur eines. Musik Da kann man sehr schön laut und leise spielen. Auf dem Hauptwerk laut und auf dem Oberwerk leise. Musik Nach kurzer Übzeit wurde am Freitag 9. Oktober die Martinsberger Orgel gemeinsam mit den Vorwerkern Nach kurzer Übzeit wurde am Freitag 9. Oktober die Martinsberger Orgel gemeinsam mit den Vorwerkern im Vorreformatorischen Altar in der Ferrelau eingeweiht. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, dass ihr, in der Ferrelau der Rennmerstelle Stadtverkirche, der alle Altar dieser Kirche und die Magdienstbergekorde, wieder in der Bestimmung übergeben werden könnt. Verbinde dich. Sende deinen eigenen Geist und lass deine Segen von diesem Ort reichlich ausgehen durch Wort und Gebet, in Gesang und Gemeinschaft, mit dir und unserer Vereine. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020